Moin Moin! Herzlich Willkommen liebe Zuschauer! Let's play Minecraft AdWords mit einem kleinen Team hier mit Sir Pocraft mit, das kann ich dir noch nicht vorstellen, aber gleich kann wir es vielleicht, naja erstmal arbeiten wir ein bisschen voraus. Machen wir gleich, kommen wir bestimmt zu. Wir versuchen erstmal so ein bisschen die Richtung vorzugeben. Also Death Selfie und Blend Gamer One und natürlich Sir Pocraft und natürlich unsere kleine Wenigkeit Ungelernt ohne Namen Einblendung. So, das reicht doch schon. Das reicht doch schon für genug Blöcke in the Middle. Ab geht's. Die Folge heute Pfingsten Montag würde ich behaupten. Ich hau da einfach noch mal eine Folge raus, eine Folge mehr. Pfingsten, schönen Feiertag wünsche ich natürlich ein. Ansonsten würde ich schon mal einen schönen Feiertag gehabt zu haben. Komm Kollege, hochbauen. Hochbauen ist das Beste. Nützt einfach nichts. Hauen wir in die Tasten und hauen uns hier mal schön hoch. So, das kann nicht schaden. Guck mal, der baut da hinten sogar noch höher scheinbar. Oder kann ich nicht Anruf dabei sein, sonst hört man mich nicht. Was? Ja, mich hört man auch nicht, denn ich weiß nicht, was ihr genau vorhabt. Nein, wir brauchen mal ein bisschen Equip. Wir brauchen mal sowas, wir brauchen mal sowas, wir brauchen mal sowas. Wie Essen jetzt? Oh nö, nicht so ein AFK. Hier ist noch nichts gesichert, Kollegen. Da kommt doch schon einer. Ich glaube nicht, dass wir die da sind. Sag mal, was bist du denn für ein hartnäckiger Typ? Also zwei Blöcke oder drei oder so, was auch immer, sind auf jeden Fall besser als gar keine. Wir bauen schon mal so ein ganz bisschen hier dicht. So, so. Könnte da eigentlich gut ein bisschen Eisen zwischen. Aber es kostet noch drei Eisen, ein Block oder so, aber zumindest einen könnten wir da hinbringen. Hallo, da kommt schon wieder jemand. Aber nicht so leicht mit uns. Die Folge kommt am Dienstag. Montag. Ja, Mann, gut. Wir haben noch schon ein bisschen gesichert. Ich möchte gerne noch ein bisschen Eisen haben, Kollege. M-M-M-M, ein bisschen Eisen, ein bisschen Eisen, Eisenblöcke hier, Eisen, da ran damit zwei Blöcke gleich. Oder das eine ist wahrscheinlich wieder so ein... Achso. Äh, hier. Das ist kein echter Block, ne? Das ist wieder nur ein Dekoblock. Das hängt's. Ja, da nicht für. Mach ruhig weiter. Ich versuche mal uns noch ein paar mehr Blöcke zu holen. Das hängt's. Das ist nicht nur noch ein paar Blöcke. Das hängt das jetzt ab Bein. Ja. Da Este ist alles. Das ist ja, da ist das nur ein paar Blöcke. Das ist das, was ich dann komme, ich schon mal dringend. Das ist doch einfach ein bisschen. Das ist vielleicht schon mal dringend. Ich hoffe, das ist das nicht schreibe hierher. Und das ist doch nicht so schnell. Das ist doch nicht gemacht, das wäre wichtig. Das ist wirklich sehr wichtig, das blöcke ist. wir haben müssen, das blöcke zu sein. so in welche Richtung laufen wir denn hier eigentlich das ist lila oder lila ist irgendwo anders zugange das weiß man nicht lila ist bei grün zugange scheint mir so ok lila ich verschaffe dir ein bisschen zeit oder ich hole mir den selber wir sind natürlich jetzt so weit weg und jetzt kriegen wir das bett nicht weg das war so dumm von mir hätte ich ihn doch das bett einfach gegönnt man ist dann so ego mäßig dachte das bett krieg selber weg jetzt ist der nächste nach mensch 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 ich habe dein video gesehen schicken lp rockt die runde sehr gut würde ich behaupten aber wir müssen uns ein bisschen auf spielen konzentrieren hier ansonsten losen wir die runde und ich möchte jetzt gerne nach der gestrigen siegreichen runde heute natürlich auch eine siegreiche runde hinten anlegen gerade feiertag heute da muss aber nochmal gut sein so machen wir erstmal den mist hier wieder weg weiß auch nicht wer dafür verantwortlich ist ab nach oben ach die haben kein bett männer und grün gibt es auch gar nicht mehr sind auch schon komplett hinüber da brauchen wir doch nicht hin so kraft da brauchen wir nicht hin da ist ja gut alter der trifft richtig gut so jetzt sind wir mal schnell ein paar meter durch hier dann trifft er nämlich nicht mehr so leichter muss erstmal nach hinten rennen damit er uns überhaupt noch treffen kann ja gib mal ruhig paar blöcke oh 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 halt da trifft so saugut und damit es ist das in derzeit jetzt natürlich rot sich die ganze zeit aufrüsten kann jetzt essen naja ich bin schon da und ich glaube bei unserer base ist jemand oder oder nicht oder nicht ja 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 mal schön wenn du mal fertig gleich bist mit essen wenn wir noch einen gameier mehr haben ok muss ich mir mal angucken gut zu wissen so gucken wir doch mal was ist hier los in der mitte da hier werden wir schon wieder direkt beschossen jetzt ist nämlich gabe auch echt ein fies haben hier wieder ist das jetzt hallo da kommt wieder auf uns zu jetzt brauche ich doch kein essen mehr kollege lila rennt gerade auf uns mann 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 jetzt kann ich essen gebrauchen soviel dazu sorry aber der kill ging gerade vor so lila ist auch nur noch zu dritt überall nervige bogenschützen einfach nur noch gucken wir mal weit wir kommen bis ans trifft vanessa 1807 hat die runde verlassen bye bye vanessa schade für dein team ein bisschen fies merken noch gar nichts okay sie merken doch irgendwas hat aber lange gedauert so haben wir ein bisschen gewartet jetzt kommen wir aus der deckung und ziehen noch mal schnell ein paar blöcke weiter jetzt kommen aber leider nicht mehr besonders weit denn wir haben gar keine blöcke mehr bleibt eigentlich nur fast die kamikaze taktik ist aber auch irgendwie blöd dann kann man mal eher gucken ob wir denen hier nicht irgendwie alter hkw tot aber wir haben alles da was wir brauchen gut dass wir auch noch und das hier und so haben wir das gut vielleicht noch ein städtchen da haben wir noch jetzt haben alles ausgegeben weiter nein fertig mit essen super gut natürlich nicht so gut dass wir so viel jetzt hier verschwendet haben brauchen wir dann ordentliches schwert ordentliche blöcke das wird auch schon wieder so eine echte ewige runde so wie es aussieht aber naja okay beim gegnerischen teams lieben ganz schön viele und wir sind immerhin noch zu viert müssen uns jetzt aber würde ich mal sagen bevorzug mal auf rot konzentrieren denn wie gesagt nieder ist nur noch zu zweit könnte man versuchen jetzt direkt wieder mal zu stürmen da sind drei roter sind aktuell hier dann laufen wir schnell zu denen die base seine kochen ein ganzes stück weiter mit unserem weg hier wenn nicht wenn wir den sogar fertig kriegen natürlich jetzt die gefahr okay wir haben fast keine energie mann wir wecken auch schon wieder nicht ist den ganz schön guten bogenschützen hier noch haben da hat sich schon einer hingeschlichen vielleicht hat sich hingeworfen ich weiß es nicht auf jeden fall hat nie da kein bett mehr wir sind hierbei wir versuchen rot gerade ein bisschen zu treten und das sieht schon mal ganz gut aus nein er hat uns beide runter gekriegt okay aber okay auch wir haben kein bett mehr wer war denn hier zwei rote aber leider nicht mehr geschafft da haben wir wieder verloren also am pfingst montag ein niederlage schade wie sehen also die siegesserie hält lange nicht so lang an wie die niederlagen serie ich danke euch trotzdem für zuschauen für unterstützung wenn ihr kommentar und like uns hinterlässt und wenn ihr nächstes wochenende wieder reinschaltet bis dahin schönen tag noch schönen abend und tschüss